Wir wollen, dass die Digitalisierung dem Allgemeinwohl aller dient. Das heißt für uns Grüne, digital für alle. Und dafür braucht das Land Berlin eine digitale Agenda. Das heißt zum Beispiel im Bereich Pflege, die Frage, können Plattformen Leute, die in der Pflege arbeiten oder Leute, die gepflegt werden, entlasten? Das heißt zum Beispiel im Bereich Gesundheitspolitik, kann die Telemedizin unsere Ambulanzen leerer machen. Und die Basis von all dem ist schnelles Internet. Und für uns Grüne ist das Allerwichtigste, dass in den Bildungseinrichtungen unserer Stadt, also in den Volkshochschulen, in den Büchereien und in den Schulen, schnelles Internet ist. Damit niemand aus dem WLAN rausfliegt und damit E-Learning auch für alle, die vielleicht jetzt nicht so viel Geld zur Verfügung haben, eine Möglichkeit ist, sich weiterzubilden. Deswegen sagen wir, schnelles Internet an Berliner Bildungseinrichtungen. Und wenn der Bund nicht springt, dann müssen wir das machen mit einem Investitionstopp, schnelles Internet für alle.